Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sehen unsere Aufgabe nicht nur darin, gute, brauchbare Analysen zu liefern, die uns die Möglichkeit geben, gut am Markt zu bestehen, Geld am Markt zu verdienen, nachhaltig ein Depot aufzubauen, sondern auch vor allen Dingen darin, spannende Aktien zu finden, die ein sehr hohes Potenzial auf der Oberseite ausweisen. Heute freue ich mich ganz besonders, euch solch einen Titel vorstellen zu dürfen, nämlich Bloom Energy. Bloom Energy ist ein Unternehmen im Bereich Wasserstoff. Es ist 2002 gegründet worden von ehemaligen NASA-Mitgliedern und im Vorstand saß kein geringerer als der ehemalige Außenminister der USA, nämlich Colin Powell. Dieses Unternehmen erwirtschaftet einen Jahresumsatz etwa um eine Milliarde Dollar, ist also kein kleiner Player mehr. Was ist der Asset? Bloom Energy hat einen Server entwickelt, so nennen sie das. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein Kasten, der etwa so groß ist wie ein bis zwei Kühlschränke und dort wird aus Oxidation von Biogas, auch sogar Diesel, Strom erzeugt und viele Unternehmen sind schon im Testbetrieb, unter anderem Ebay, Walmart und FedEx. Das ist natürlich ein guter Ausblick. Dieses Unternehmen wird sich höchstwahrscheinlich in den nächsten Jahren noch stärker in diesem Bereich platzieren und die Aktie sieht auch sehr gut aus. Sie hat eine heftige Korrektur hinter sich und das ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen Aktien an den Böden von großen Korrekturen einkaufen und bei Bloom Energy haben wir in Kürze genau diese Chance. Gehen wir in die Charts. Heute starten wir zunächst mal mit dem übergeordneten Blick auf den Chart. Das ist der Drei-Tages-Chart. Eine Kerze entspricht drei Tagen. Ich möchte ganz kurz in die Vergangenheit gehen, um euch zu zeigen, was diese Aktie für ein Setup bietet, welches dazu führt, dass sie langfristig sehr stark nach oben ausbrechen kann und sehr hohe Kurse ausbilden kann. Und zwar haben wir hier zwei große 1-2-Setups im Chart stehen. Vielleicht hier nochmal der Hinweis. Das habe ich auch schon mal in einem Video erwähnt. Wenn ein junges Unternehmen an die Börse geht, kommt es zunächst mal zu einem Anstieg. Ist klar, das Vertrauen ist zunächst da. Werbung wird natürlich auch dafür gemacht. Es wird dafür geworben. Die Leute ziehen rein. Dann steigt der Kurs zunächst an und dann kommt hinten raus das böse Erwaffen, weil in fast 90 Prozent, vielleicht sogar über 90 Prozent der Fälle können wir davon ausgehen, dass nach einem Börsenstart, nach dem ersten krassen Anstieg nochmal eine heftige Korrektur folgt, die deutlich unter den Ausgabekurs führt. Das ist hier passiert und wir schauen uns das immer ganz genau an. Wenn sowas nicht passiert, ist das für uns eher ein Warnsignal, weil das normalerweise die Regel darstellt. Hier ist es passiert. Das ist auch sehr gut. Was da folgte war, der nächste große Anstieg, ein neues Allzeithoch bis hier hoch zu fast 45 Dollar und dann eine sehr starke komplexe Korrektur und wir sehen jetzt hier im Bereich zwischen 11 Dollar 54 und 7,24. Da hat der Kurs jetzt eine Trendwende vollzogen und wir denken, dass er jetzt bereits in einem großen Aufwärts Trend ist und zwar mit dem Fernziel Rote Box hier oben im Chart zu sehen zwischen 78 und 94 Dollar. Das ist vom aktuellen Kursniveau bei etwa 14 bis 15 Dollar ein wahnsinniger Anstieg, den diese Aktie in den nächsten Jahren hinlegen kann. Insofern ist dieses Unternehmen für uns absolut spannend. Wir sehen hier, diese Korrektur ist sehr, sehr heftig verlaufen, aber auch sehr gut beendet worden. Nämlich hier sehen wir, das ist ein sogenanntes beendendes Diagonal. Das ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen, weil immer dann, wenn Diagonale ausgebaut werden, erfolgt eine sehr starke Trendumkehr mit einem sehr starken Aufwärtstrend und genau das sehen wir jetzt hier auch. Schauen wir uns das im Detail mal an. Das ist der 4-Stunden-Chart. Das ist eben hier das beendende Diagonal. Der Kurs ist hier sauber rein in unsere Violette Box und jetzt kommt es sehr stark raus. Ich habe das mal hier skizziert. Was wir jetzt erwarten, ist eine sehr schöne fünfteilige Aufwärtsbewegung, dann nochmal eine größere Eins mit einer etwas größeren Korrektur. Wir allerdings halten Ausschau nach dieser Eins hier. Die ist jetzt ganz, ganz wichtig. Das ist schematisch. Das ist ein sehr gutes Preislevel hier. Natürlich hier sollte idealerweise die Aktie jetzt nochmal nach oben kommen. Es reicht natürlich auch, wenn sie vom aktuellen Niveau aus oder hier auf der Strecke unterwegs dann nochmal in eine Zwischenkorrektur übergeht, nämlich in diese Welle 2. Und genau diese Welle 2 ist für uns spannend, weil genau der Boden dieser Welle wird für uns das Signal sein, diese Aktie einzukaufen, um dann eben schön in diese fünfteilige Aufwärtsbewegung reinzukommen und dann eben langfristig diese Aktie nochmal nachkaufen zu können. Zum Beispiel hier, wenn genau dieses Szenario hier sich nochmal ausspielt, dann werden wir hier nochmal eine sehr gute Chance bekommen, diese Aktie einzukaufen und das wird voraussichtlich deutlich über dem Tief liegen, das uns jetzt bevorsteht. Es gibt die Alternative natürlich an der Stelle, weil die Korrektur so heftig verlaufen ist, ist es erforderlich. Das habe ich mehrmals schon erwähnt. Ich mache das immer wieder. Wir warten immer ab, wenn eine Trennwende kommt, dass das nächste 1, 2 abgearbeitet wird, weil das eine klare Bestätigung dafür ist, dass das Tief in diesem Fall hier bei 9,51 Dollar auch tatsächlich hinterlegt ist, weil es gibt hier tatsächlich auch die Gefahr noch, dass der Kurs das nicht packt und hier nochmal absackt und erst die finale Trendwende zwischen 7,59 Dollar und 4,54 Dollar schafft und es wäre prozentual natürlich verheerend. Insofern warten wir jetzt ab, bis dieses 1, 2 hier ausgebaut wird, wenn ja, werden wir diese wunderbare Aktie schon in Kürze einkaufen können. Ich kann es nur nochmal betonen, wir sind in einem Bullenmarkt. Das trifft natürlich nicht auf alle Aktien zu, aber auf eine sehr große Anzahl von Aktien, die jetzt in Trendwenden sind oder sie bereits hinterlegt haben. Andere wiederum sind kurz davor, solche zu hinterlegen und gerade der Bereich Clean Energy, den beleuchten wir sehr, sehr genau, weil wir glauben, dass das eine Zukunftsthematik sein wird, die Boom-Jahre mit Sicherheit erfahren wird. Trotzdem lesen wir aktuell überall, die Stimmung ist am Boden. Das ist klar, weil diese Aktien und vor allen Dingen auch der Clean Energy ETF massiv korrigiert haben in den letzten Jahren. Sie haben wirklich brutalste Korrekturen ausgebaut. Die Stimmung könnte nicht schlechter sein und genau das lässt uns aufhorchen, weil genau dann, wenn die Stimmung nicht schlechter sein könnte, stehen wir in der Regel kurz vor massiven Trendwenden und das sehen wir genau in diesem Bereich. Wir haben diese Woche ein Unternehmen vorgestellt aus dem Bereich Clean Energy, nämlich Nell Acer aus Norwegen. Dieses Unternehmen befindet sich kurz vor Abschluss einer Korrektur und wird dann nach oben durchziehen. First Solar ist schon auf dem Weg nach oben. Canadian Solar ebenfalls. Und jetzt mit Bloom Energy haben wir das nächste Unternehmen, was genau diese Trendwende vollziehen wird und im Übrigen auch der Clean Energy ETF. Da werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit in den nächsten Tagen vielleicht sogar in den nächsten Wochen auch ein Video dazu machen, weil wir denken, dass dieser Index auch im Begriff ist, eine Trendwende zu vollziehen. Und das sind natürlich sehr, sehr spannende Momente jetzt für uns, um diese Aktien und auch diese ETFs günstig einzukaufen, um dann eine lange Strecke nach oben mitzunehmen. Das sind sehr, sehr spannende Zeiten. Aktuell kann ich euch sagen, jetzt müssen wir unbedingt dranbleiben, wachsam bleiben und unsere Chancen nutzen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über ein Like und noch mehr freuen wir uns darüber, wenn du unseren Kanal abonnierst. Das ist ein Video von Liberty Stock Markets, dein Analysehaus aus München. Mein Name ist Michael Kaiser. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.